Wir sind runter in den Hobbykeller gegangen und dann haben wir rumgeknutscht. Plötzlich war überall Blut und dann gingen die Lichter aus. Naja, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um rauszufinden, was eigentlich los ist. Und? Können Sie nicht aufpassen? Ich? Wir laufen hier rückwärts. Das ist mein Plakat. Und was macht dein Plakat auf meinem Plakat? Das ist mein Plakat.